5. Dieser Staubsauger ist ein leistungsstarker Staubsauger, der für diejenigen geeignet ist, die Effizienz und Bequemlichkeit beim Reinigen suchen. Ein leichtes und kompaktes Produkt, einfach zu handhaben und zu lagern. Das hohe Fassungsvermögen des Behälters ermöglicht es Ihnen große Mengen Staub zu sammeln. Sie können den Behälter weniger häufig entleeren und sparen wertvolle Zeit. Das Paket enthält Schlauch, Mehrzweckbürste, Parkettbürste, Miniturbobürste, Schlitzdüse und Bürste. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 4. Bries ist ein Hochleistungszyklon-Staubsauger. Ein leichtes und kompaktes Produkt, einfach zu handhaben und zu lagern. Das hohe Fassungsvermögen des Behälters ermöglicht es Ihnen, große Mengen Staub zu sammeln. Zyklontechnologie für einen hohen Entstaubungsgrad und einen geringen Wartungsaufwand der Filter. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 2 Litern. In dem Paket finden Sie einen ausziehbaren Teleskopschlauch, eine Teppich- und Bodenbürste sowie eine Parkettbürste. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 3. ATHOS Cordless ist der neue Hoverstaubsauger. Er garantiert maximale Reinigungsleistung und ist dank des extra großen Beutels das ideale Produkt, um auch große Flächen zu reinigen. Das praktische Zubehör ist immer griffbereit, weil es sich an Bord befindet. Mit dem Atos Cordless Zubehör können Sie jede Oberfläche reinigen, er ist tatsächlich ausgestattet mit Teppich- und Bodenbürste, Parkettbürste, Schlitzdüse, Bürste und Polsterbürste. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 2. Reaktiv gewährleistet Spitzenleistungen dank der zyklonalen Beutellosentechnologie. Hohe Entstaubungseffizienz und geringer Wartungsaufwand der Filter. Das hohe Fassungsvermögen des Behälters ermöglicht es Ihnen, große Mengen Staub zu sammeln. Entwickelt, um maximale Reinigungsleistung auf allen Oberflächen bei begrenztem Energieverbrauch zu erreichen. Ideal für Allergiker. Die wieder an die Umgebung abgegebene Luft ist immer sauber. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1. H-Power 700 ist der Leistungsstärke beutellose Bodenstaubsauger, der sich um Ihre Gesundheit und Ihren Komfort kümmert. Zyklontechnologie für hohe Saugleistung für lang anhaltende hohe Leistung und geringe Filterwartung. Antigeruchs- und antibakterielles Filtersystem, Selfdust Clean Technology zur Vermeidung jeglichen Kontakts mit Staub, Bürste mit Silberionenbehandlung gegen die Vermehrung von Allergenen und Bakterien. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.